Trinkwasserunternehmen gekauft, wenn sie sowas sehen und dann auch so in Flaschen verpacken und verkaufen. Sehr gut. Die German-Doktorin wird jetzt sagen, uhu, dangerous virus. Du weißt, was nicht da ist. Nee, das wird nichts, ja. Hier kann man, wenn man so ein Tempel besichtigen will, dann braucht man diese Schärfe. Da kann man auch schon ein bisschen hier spenden, ja. So, vielleicht 5.000, 10.000 kann man spenden. Da sind Eier da, ja. Da sind Eier da. Normalerweise braucht man die Eier, um Aals anzulocken, ja. Also da ist so ein großer, riesiger Aal drin in der Wasserquelle. Manchmal versuchen die Leute dann anzulocken, also mit den Eiern, dass die dann auch die fressen. Dann die kommen raus, aber manchmal ist es auch schwierig, ja. Die verstecken sich dann. Das wäre heiliger Aal, ja. Heiliger Aal. Ja, genau, ja. Da kann man ja die nicht fangen und kochen. Hast du das mit dem Geld da nicht bezahlen dann, ja? Ja, kann ich machen, ja. Ja. Anfänger, Anfänger Karate. Ein reises Anfänger, ja. 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 Es ist ja nicht, es zittert nicht. Und wenn man so macht, dann es bleibt so. Ja. Ja. Es kostet nur, wie viel? Äh, siebzig Euro. Ja. Ja, für alle Hände, ja. Für alle Hände, ja. Egal was, kommt ja. Blutet. Ja. 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 Ja, wenn wir so laufen, das bleibt so. Ja. 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 Die haben wir das waren. Ja. 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 dann für alle heute ist ihr seid neunte angekommen 2.10 Untertitelung des ZDF, 2020